Halli, Hallöchen, willkommen zurück hier bei Coral Eastlands. In den letzten Folgen, muss man so sagen, ne, hab ich aber schon mal erwähnt, das sind die letzten Folgen, die jetzt hier so durchrattern und schneien. Am 14. Heute ist der 11.11. 11.11. Das ist nicht 11.11, das ist 17.59. Es ist bald soweit, am 14.11. ist Coral Eastland in der 1.0 verfügbar. Viele freuen sich, ich auch auf eine Weise, ein bisschen trauriges Auge, weil wir so weit gekommen sind. Wir sind ja relativ weit gekommen, muss man ja sagen. Speicherstand ist nicht kompatibel. Also der Speicherstand ist nicht kompatibel für alle, die da vielleicht ein bisschen gehofft haben. Nein, er ist nicht kompatibel. Das haben die Entwickler auch so bei Twitter, glaube ich, sogar schon bekannt gegeben. Im Blog auf jeden Fall. Bei Twitter, glaube ich, auch. Ich weiß es gerade jetzt nicht auswendig, wo sie es bekannt gegeben haben. Es wurde auf jeden Fall bekannt gegeben. Der Speicherstand aus der Early Aces ist nicht kompatibel. Schade, aber völlig verständlich. Wir haben ja auch hier immer mittlerweile, dass irgendwas crasht. Ich weiß aber nicht, ob es am Speicherstand liegt, ob es irgendwie an der Engine, an der Unreal Engine selber liegt. Das habe ich auch ehrlich gesagt, um die Karte keine Lust zu erforschen. Es passiert auf jeden Fall aktuell nur bei Coral Eastland. Bis jetzt. Also von daher, ich kann es aktuell ehrlich gesagt nicht sagen. Wodran es liegt oder eben nicht liegt. Ich tippe aber fast, dass es gegebenenfalls echt der Spielstand sein könnte. So, leider hat sich keiner mehr dazu gemeldet oder dazu geäußert, wie wir weiterverfahren mit Staffel 2. Das heißt für mich, ich werde ein anderes Projekt jetzt anfangen erstmal und dann bei Coral Eastland erstmal eine Pause machen. Wie lange, weiß ich noch nicht. Ich habe noch so einige angefangene Projekte, unter anderem ja, ähm, Seven Days to Die, aber das habe ich ja mit der Fail gespielt. Ähm, die ist leider aktuell weiterhin verhindert, weil die, ähm, ja, in der Schule, berufsschulmäßig so viel zu tun hat. Ähm, ja, muss ich mal gucken, das pausiert einfach weiterhin. Ich glaube, das ist aber auch großartig jetzt aktuell noch nichts. passiert, in der Hinsicht. Von daher, alles gut. Man muss einfach abwarten. Einfach mal abwarten, was da noch so geht und kommt. So. Ja, wir haben noch hier so einige Sachen, äh, offen gestehen. Ähm, äh, wie gesagt, weiß ich aktuell nicht, äh, wie es weitergehen soll. Ja, man soll, ähm, Städtepunkte, äh, ne? Aber, ähm, irgendwie gehen meine Städtepunkte aktuell auch nicht weiter, wenn ich das so richtig gesehen habe. Keine Ahnung, aktuell, wie gesagt, wir haben irgendwann mal die Early Aces begonnen. Nein, nicht da nochmal streicheln. Gegebenenfalls liegt das auch einfach, ne, an dem, an dem Speicherstand, dass der einfach aktuell nicht so ganz kompatibel, ähm, mit dem eigentlichen Spiel mehr ist. Unser Speicherstand, von daher ist es das. Es ist halt einfach so, man kann als Entwickler ja auch nicht darauf noch Rücksicht nehmen. Wäre schön, wenn wir das auch noch hingekriegt hätten, aber hey, ähm, es ist einfach schön generell da, das so zu sehen, wie es jetzt aktuell sich entwickelt hat. Äh, man muss da aufpassen, ne, die, die Tiere, die brauchen im Winter, brauchen die eine Heizung, ähm, die können krank werden. Und dann, ähm, etc., 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 pp., also richtig, richtig gut entwickelt hat sich das Spiel schon in der Zeit, wo wir, ne, gespielt haben, also angefangen haben zu spielen, muss man einfach mal, ne, so sagen. So. Doppelter Attack an Gurke, das ist auch schön, ja. Das ist die Doppelgurke. Das ist die Doppelgurke. Äh, so, zack. So, zack. Ne, wir machen, wir nehmen hier die kleinen erstmal. Die müssen ja auch mal weg, ne, sonst wären die schlecht. Wollen wir ja nicht. Wir wollen ja nicht, dass es schlecht wird. Das wollen wir ja auch nicht. Zack, zack. Zack. Das kann auch weg. Das auch. Ups. Ähm, so. Milchige Milch, ja. Oh. Die milchige Milch. Und damit hat es angefangen. Ah, es ist einfach so. Es ist so ein bisschen, ne, so, so. Oh. Es hat so Spaß gemacht, ja. Es hat voll mega Spaß gemacht, ähm, das Spiel weiterzukriegen. Oh ja, wir haben St. Martin, wie man hört, ja. Ich geh mit meiner Laterne und der Hund, der bellt sich einen hier ab. Ja. So ist es leider, äh, wenn man Hunde hat. Die gehen dann total ab, weil da irgendwelche Kinder am Singen sind. Beziehungsweise erst, äh, ja. Nicht so einsehen möchte. So ist es dann. So. Und die Gurke. Mit der Gurke können wir in die, äh, die Gurke, ja. Ähm. So, Sojabohnen dahin. So. Ah, hier, warte mal. Dreimal Banane. Gute Banane. Dreimal Gute Banane. Das ist immer wichtig. Heu. Gute, gutes Heu. Ist doch gut, Hund. Hier tut doch keiner was. So. Ich dachte, da kommt irgendwie mal eine Anzeige, aber, ne. Nö, nö, da kommt nix. Ei, 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 ei. Ist aber heute auch wieder auf Krawall gebürstet, der Hund. Auf Krawall ist er gebürstet. So. Hm. So. Auf zur Stadt. Da bin ich platt. Äh, Klinik? Ach, da. Äh, da. Ja. Nett, danke. Hm. Es ist auf jeden Fall ein ermutiges Zeichen für eine Verbesserung in der neuen Stadtrand. Ich sag, bin ich nicht übermäßig daran interessiert, aber... Okay. Okay, Grippeimpfung. Ja, immer wichtig. Ja. Da, 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 da. Wir gehen jetzt tauchen. Wir gehen tauchen. Tauchi, tauchi. Tauchen. Es ist das Tauchgefühl. Es ist dein Tauchgefühl. Es ist mein Tauchgefühl. Ich sollte meine... Meine Hake hätte ich nochmal verbessern lassen sollen, ne? Aber egal. Wofür jetzt noch? Ehrlich gesagt, wofür jetzt noch? Das lohnt sich jetzt. Ehrlich gesagt, wahrscheinlich eh nicht mehr. Sorry. Man muss sagen, es sieht hier unten im Dunkeln schon echt gut aus. Ha, hab dich. Sonnenblumen-Seestern. Haben wir noch nicht gehabt im... Äh... Im Tagebuch. Wir haben noch nicht alle Tiere. Aber gut, darauf haben wir uns jetzt auch nicht, äh... Wirklich, ehrlich gesagt, spezialisiert gehabt. Oh, nee. Jetzt geht der da rüber. Ich werde bekloppt. Fupp. Ich sehe es auch, dass es blockiert. Es blockiert. Ich bin schockiert. Oh, nee. Den Spruch habe ich schon wieder gemacht. Ich wollte es doch gar nicht mehr. Oh, Alter. Hä? Jetzt reicht es aber auch. Okay, da wahrscheinlich wird es nachher weitergehen. Denke ich mal so. Oh. Oh. Aber wer weiß das schon, ne? Da ist der Nächste. Ha, ha, ha. Hier sind nämlich zwei. Gold ist, glaube ich, schon abgeschlossen dann, ne? Oh. Das war der falsche. Hups. Das hätte ich jetzt, äh, weniger gedacht. Ehrlich gedacht. Äh, gesagt. Ich muss mich jetzt erst mal selber, äh, voranbringen. Ja, ja, ich sehe es. Es ist blockiert. Ich bin ja auch schon sehr schockiert, aber, äh, es bringt mir gerade nichts, weil ich nicht durchkomme. Ich hätte jetzt eher, äh, irgendwie andere, äh, Bereiche gedacht. Dass der da hinten hingeht. Ich dachte, ich hätte es gefunden. Äh, manchmal dreht er sich auch einfach um. Und das ist auch manchmal sehr verwirrend. Für mich vor allen Dingen. Ja, da wird er auch wahrscheinlich blockieren. Ja, ja, ja. Ich sehe es, es ist blockiert. Bin ja sehr schockiert. Das ist so blockiert. Warte mal, eben gucken. Es wird auf jeden Fall schöner hier. So, der ist nämlich jetzt auch Gold geworden. Er ist nämlich jetzt auch Gold geworden. Hätte jetzt nicht mit gedacht, äh, gerechnet, dass das, äh, hier dran liegt. Ich hätte jetzt echt gedacht, ähm, wir finden das Gedönse hier. Ich versuche jetzt gerade so heftig wie möglich und so viel wie möglich, aber ich glaube nicht, dass wir das jetzt noch hinbekommen. Anker bewegt sich. Oh, oh. Erstmal schön schnell zurück. Sonst pennen wir nämlich gleich ein. Oh, ich dachte gerade, puh. Ich hatte gerade ein bisschen Sorge. Abzerfahren. Das ist die Farm. Da bin ich gar nicht vorhanden. So, geh ins Bett. Hü-ähm. Hm. Hey, Town Rank. Neue Samen im Laden, neue Einrichtung im Laden, neue Kleidung im Laden. Warum der Rang jetzt erst hoch geht, ich weiß es nicht. Aufgeschlossene Wachtel, aufgeschlossene Ziege. Aha. Sehr gut. Ich hab's nicht verstanden. Gute Nacht.